Vor genau drei Jahren wurde der erste Fall eines Pflanzenvirus verzeiht. Das hat ja die meisten Ökosysteme der Welt verwüstet. Die schnell absterbenden Wälder können nicht genug Kohlendioxid aufnehmen und dieses Niveau noch wesentlich länger aufrecht zu erhalten. Diese Veränderung der Atmosphäre sorgte weltweit für eine Zunahme von Naturkennstoffen. Da der Sauerstoffgehalt unter 10% sinkt, werden die Menschen erschienen. Unsere schöne Erde ist im Untergang geweiht. Wir bringen die Kugel auf einen Planeten. Und wir werden die Erde 2.0 erschaffen. Eine neue Heimat für die Menschheit. Tja, der nächste gewaltige Sprung für die Menschheit, stimmt's? Nur solange ein bisschen mehr als nur ein Haufen Atome von uns das Ziel erreicht. Trotzdem. Ist doch so. Das erste Mal in der Geschichte. Alle Systeme bereit? Koordinaten eingestellt. Starten. Die Sternkarten, sie stimmen nicht überein. Und holen Sie uns, wie ich gerade gefährle. Was war das? Du musst sofort herauskommen. Das Resen ist aus der Kugel gekrochen. Klingt wie die Geschichte vom Trojanischen Pferd. Die Mission ist gescheitert. Sie ist ein. Bist du verrückt geworden? Wir sind ein. 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 Abhauen! Hauen Sie ab! Wir sind ein. Wieso dieser Aufwand? Damit man dich als Retter feuert? Wir sind ein. Wir sind ein. Wir sind ein. Wir sind ein. Wir sind ein.